Die Frage ist, wo ist der Eingang und wie weit komme ich hoch? Hier hört es nämlich schon wieder auf. Das ist doch bestimmt unten, der Eingang kann ja nicht sein, dass ich da den Berg hochkraxeln muss. Wie, der lässt das Fuß schworen? Ne, naja schade. Egal. So, wir gehen mal da lang. Irgendwo da unten wird doch der Eingang sein. Was sind die Böse? Ihr da, äh, Bürger. Der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Ehr damit, Bürger. Ich bezweifle, dass ich das tue. Kommt schon, Jungs. Das wird lustig. Ich mag die kaiserliche Dinger nicht. Oh nein, nein! Okay, ich bin tot. Nein, noch nicht. Moment. Ich habe nämlich Zaubertränke. Da, 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 da. Hier. Hallo. Na komm. Ah, stirb. Zack. Gradzug schafft er. Uh. Ja, Leute, das war knapp. Nichts, ach verdammt, nichts, was wir brauchen können. Wobei, wir haben ja jetzt wieder Platz. Oh, Stiefel. Cool. Haben wir schon. Ähm, Bekleidung. Was war's denn? Hier. Kaiserliche Stiefel. Ist doch auch schon mal was. Und wir haben eine neue Stufe, fällt mir gerade auf. So, wir werden jetzt Äh, nochmal die Gesundheit verbessern. Und werden dann Äh, auf. Was ist Zerstörung? Zerstörungszauber. Redekunst, Taschendiebstahl. Leichte Rüstung. Zwei Handyhärten verbessern. Tada. Okay. War da nicht? Doch, da ist der dritte. Stahlkriegshammer. Ach, verdammt. Das ist genau der gleiche, den wir haben. Nichts sehr hilfreich. Was ist das? Irgendein Elefanten-Mammut-Friedhof. Okay, ich speichere jetzt hier vorsichtshalber mal. Denn ich habe Angst, dass dieser Futsi mich angreift. Als hätte ich es nicht gewusst. Wir fliegen ziemlich hoch. Okay, wir halten uns von diesem guten Mann fern. Eindeutig. Das war schlecht. Jetzt ist die Frage. Das hier sieht mir doch nach einem Weg aus. Der holt einmal zu. Und ich fliege fünf Meter in die Luft. Gut, fünf Meter ist untertrieben. Das waren dann mindestens... ...vierzig. Wolf? Nee, doch, Wolf. Warum hat der Wolf einen Ring dabei? Noch irgendwo ein Wolf? Nein? Gut. Na. Ähm. Ja, ich glaube, dem Weg zu folgen ist schon mal nicht schlecht. Hoffe ich zumindest. Und was ich auch hoffe ist, dass der Typ hat uns mit einem Schlag gewonnen hittet. Und ich glaube auch, dass die Gegner hier drin nicht so stark sind. Wobei es es ja eigentlich nicht sein können. Weil die ist ja storymäßig. Und wenn wir von der Story her schon jetzt abkratzen würden, wäre das kontraproduktiv. Ah, Ölsturz, Hügelgrab. Sehr gut. Keine Gegner in Sicht. Dann. Gehen wir hier doch einmal. Doch, da ist ein Gegner. Scheiße. Lass mich raten. Nein. Gewonnen, Hitted. Aua. Ich hab's gewusst. Verdammt nochmal. Auch gewonnen, Hitted. So, jetzt nochmal folgendes. Äh. Das plus. Das. Aua. Wo? Hä? Ach, da. Du kleine Drecksau. Drecksack. Alter, bleib stehen jetzt. Danke. Scheiß Banditen, ey. Gut, brauchen wir alles nicht. Ähm. Ja. Wir legen wieder unseren... ...Stahlkriegshammer an. Und gehen... ...da hinauf. Ja, das sieht doch gut aus. Tempel. Ja, der Hammer macht gut Schaden, aber... ...Nachteil, er ist halt wirklich langsam. Das heißt, die Gegner haben erstmal Zeit irgendwie... ...doch anzugreifen. Was ich natürlich nicht so gerne habe. Wobei die immer angreifen, aber... ...ich sollte vielleicht auch mal mehr Skontern anfangen. Nee. Ekelhaft. Wat bist du? Ein toter Bandit. Äh. Irgendwo höre ich... Ich will meinen Anteil an den Klauen. Haha. Jetzt haben wir mal folgendes. Äh. Halt, nein. Halt einfach still. Halte die Augen auf. Halt. Wieso holen denn die jetzt ab? Hier drüben. Shit. Nix genug. Zack. Habe ich einen Pfeil im Kopf? Hä? 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 Wie habe ich denn das gemacht letztes Mal? Verdammt. Geht nicht mehr. Blöd. Ach. Ich habe aber auch bloß so beschissene Dietriche. Ha. Sehr gut. Schlossknacken verbessert. Dietrich. Oh. Ein Amulett. Den legen wir mal an. Einfach nur weil wir es können. Da. Ich hoffe ich musste jetzt nichts ablegen deswegen. Nein. Wäre ja auch doof. So. Was hast du was hast du alles dabei? Eine niedrig. Weiter nichts. Schlaf nochmal eine Stunde. Ähm. Wo ist denn da? Die gute Frau Bandit. Weiter geht's. Jede Menge Spinnweben. Ach. Ist ja geil. Hahaha. Wie cool. Ah. Mein Gold. Nein. Die ist leer. Die ist auch leer. Da geht's hoch und da geht's lang. Wir schauen uns mal die Karte an. Okay. Wir gehen erstmal da lang. Tasten uns mal langsam nach vorne. Mehr oder weniger. Ah. Meins. Leinentuch brauchen wir nicht. Leinentuch brauchen wir auch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß halt noch nicht was ich alles brauche und was nicht. Das ist immer der Nachteil. Ich habe Angst dass hier gleich alles zusammenbricht. Da ist wieder ein Gegner. Ihr hättet nie hier kommen sollen. Nein, nein, nein. Bäm. Ich glaube nicht, mein Freund. Tastu-Facklinger mit. Das brauchen wir nicht. So, was ist das hier? Irgendein Rätsel. Was ich natürlich wieder nicht verstehe wahrscheinlich. Au. Okay, wir haben von irgendwoher mit Pfeilen beschossen. Ähm. Jetzt ist die Frage. Wie kommen wir an die richtige Kombination? So, vielleicht? Da ist auch eine Schlange. Nein. Hast du nicht irgendein... Ne, hä? Ich verstehe es nicht. Wir probieren weiter. Irgendwas wird schon richtig sein. Ach, wisst du was? Wir gehen erst nochmal zurück und gehen den anderen Gang lang. Ich hätte den vorhin vielleicht zuhören sollen. Ausnahmsweise mal. Und nicht gleich wieder drauf losballern. Aber... Das kriege ich mal gut hin. Irgendwie kriege ich die Kombination raus. So. Ja, schön, dass hier gar nicht weiter geht. So, Map. Was mache ich denn jetzt? Ist doof, ne? Bringe den Drachenstein. Ich habe einen Räuber, meine Willausch, die vom Diebstahl einer goldenen Klaue erzählt. Anscheinend hat einer von ihnen die Klaue tief im Ölsturz-Dings versteckt. Ja, ich weiß. Ich hetze gern. Und da ich vermute, dass ich da eh lang muss, müssen wir jetzt leider weiter probieren. Was? Jetzt pass auf. Ah! Schlange, Schlange, Fisch. Schlange, Schlange, Fisch. Weil, der Kopf ist abgebrochen. Der wäre da. Das heißt, Schlange, Schlange, Fisch. Hahaha. Sehr geil. So. Da sollen die anderen, die mir nachkommen, erstmal schön selber drauf kommen. Leinentuch im Buch. Taschendiebstahl. Neue Stufe. Nicht schlecht. Gut, das nehmen wir jetzt auch erstmal mit. Lesen können wir später noch. Was ist hier drin? Cool. Kann man brauchen. Ne, die ist leer. Was ist das? Ein kleiner Seelenstein. Äh, Waffen. Ne, Bekleidung war's. Ja, perfekt. Neue Stufe. Dann machen wir jetzt mal Magiker höher. So, und können dann einhändig schon mal hoch machen. Gegner. Ah. Schätze mal, dass die da unten sind. Ah. Okay, Ratten. Ah, Ratten. Ah, Ratten. Hey, du witzig, ey. Ne, ich will eure Schwänze nicht. Du bist eh schon tot. Ei, 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 ei. Und ich erwarte jeden Augenblick irgendwelche... Äh... Irgendwelche... Leichte Rüstungsschmieden. Ne, da will ich doch gar nicht. Ich hab doch grad ne... Hä? Ich hab doch grad... Hier, Schriftrollen. Ah, okay. Ach so, Einmaldinger sind das wahrscheinlich. Okay. Wir verstecken uns erst mal. Vorne bewegt sich doch was. Das ist, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin. Aber ich brauche Hilfe. Ja. Egal. Gold. Wir brauchen mehr Quests. Mit dem bisschen Gold hier kommen wir irgendwann nicht mehr weiter. Wobei wir uns ja eh noch nichts gekauft haben. Was ist das? Ah, Riesenspinne, Riesenspinne. Okay. Okay. Verdammt. Na komm. Bäm. Grad noch so geschafft. Abel, der Flinke. Ich glaub, ich bin vergiftet. Jetzt war ich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Norte verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen. Ja. Egal. Na gut. Du Wichser. Ich hätte ihn doch erschlagen sollen. Warum tue ich nie das, was dran steht? Und jetzt kann ich nicht mal rennen. Irgendwie muss ich den doch aufhalten jetzt. Komm her. Los, los, weiter. Ist da jemand? Ich wusste es. Ah. Skelette. Ah. Noch mehr Skelette. Zack. Noch jemand? Nein. Gut. Äh. Goldene Klaue. Arbeitstagebuch. Und jede Menge Zeugs, was unnütz ist. Ah nein. Ah. Verdammt. Ich nehme wieder ein Zeugsmittel, was ich gar nicht brauche. Äh. Da. War das eine Falle, die ich gerade aktiviert habe, mit meiner Axt? War das Dusel oder war das Dusel? So, wir gehen jetzt nochmal schnell zurück. Weil da habe ich bestimmt einiges übersehen, was ich noch brauche und können tue, eventuell. Und ich sollte wirklich mehr Blocken benutzen. Vielen Dank.